Was war so das Peinlichste, das euch mal in der Schulzeit passiert ist? Irgendwie in der Klasse oder so? Boah, Junge, Junge, da hab ich... Boah, Junge, so ein Szenario. So lange hält der Kamera-Akku gar nicht. Ich hab einmal, es gab in der Sechsten, gab es so einen Achtklässler, der mich gemobbt hat. Ich hab so High School Musical geguckt und so'n Scheiß und hab immer so gedacht so, ich lass mir doch von dir jetzt nicht mein Leben ruinieren, weißt du? Und dann hab ich gedacht, heute wird der Tag, wo ich für mich gerade stehe, weißt du? Und dann hab ich so gesagt, okay, nach der Schulschlägerei... Hast du das zu denen gesagt, einfach? Ich hatte so, ey, ich werd so richtig austrinken, ich werd ihm richtig auf die Schnauze hauen, weißt du, ne? Und dann haben wir so zu den Fahrradstunden gegangen, so, und dann kam er irgendwann, so, und dann hab ich dann einfach einen Schlag gemacht, hat ihn so abgewirrt, dann hat er mit den Armen umgedreht, dann hab ich so, aaaaaaah! Ich hab so direkt verloren, so. Ja. 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 Ja.